Jadon Sanko Sein unglaubliches Talent hatte Jadon Sanko schon einige Male durchblitzen lassen. Eine Lobeshymne schreibt nun sein ehemaliger englischer Jugendnationaltrainer Dan Miksich auf den Youngster, den er sogar mit einem Fußball-Weltstar vergleicht. Denn Miksich hatte schon viel Freude an Jadon Sanko. Der Trainer betreute den Youngster sowohl bei der englischen U15-Sowie der U16-Auswahl. Im Sommer vergangenen Jahres wechselte sein ehemaliger Schützling von Manchester City zu Borussia Dortmund in die Bundesliga, wenn seine Entwicklung so läuft wie erwartet, könnte er tatsächlich Englands Neymar werden. Er ist genauso unberechenbar, wenn er auf der linken Seite spielt, schwärmt Miksich im Guardian. Jadon ist extravagant, es macht Spaß, ihm zuzuschauen. Aber genauso wie Neymar ist er dabei effektiv. In den meisten Spielen entsteht Zählbares aus seinen Aktionen, er stirbt nicht in Schönheit. Er macht die Dinge nicht um ihrer selbst willen. Jadon Sanko spielt seit einem Jahr für den BVB ähnlich wie Superstar Neymar, lernte auch Sanko das Kicken überwiegend auf der Straße. Er habe herausragende Fähigkeiten am Ball, Sanko habe die Möglichkeit, sich auf engstem Raum Gegenspieler durchzusetzen anstatt den Ball abzuspielen, sagt Miksich. Obwohl er ein Rechtsfuß ist, kann er auf der linken Seite innen und außen am Gegenspieler vorbeigehen. Das macht es sehr schwierig, gegen ihn zu verteidigen, den Großteil seiner Fußballjugend verbrachte Zanko beim FC Watford. Von dort aus ging es für ihn im Frühjahr 2015 in die Akademie von Manchester City, vor einem Jahr folgte schließlich der Wechsel zum BVB. Miksich, er verfügt über eine starke Mentalität. Er hat mit seinen Klubs und den Nationalteams die Welt bereist, das er fordert Disziplin, Opferbereitschaft. Punkt. Er hat immer und überall abgeliefert, auch jetzt in Deutschland. Punkt. Er hat immer und überall abgeliefert, auch jetzt in Deutschland.